Obwohl ich jetzt, glaube ich, schon mal eher hier das Maschineneffizienz-Modul wieder einbauen sollte. Äh, wo ist es? Maschineneffizienz da. Was leise ich denn dafür weg? Schildgenerator? Feuerlöschanlage? Sonar? Kondertreparaturmodul brauchen wir nicht. Jetzt sind wir effizient und laden an heißen Quellen. Können wir direkt hier den Stromfresser wieder anmachen. Jetzt könnte ich auch natürlich dadurch mich an dem Würfel vorbeizwängen. Ja, ist gut. Passt alles. So, und ich habe mittlerweile gelernt, ich muss mich hier einfach nur an der rechten Höhlenwand orientieren. Einfach nur rechts halten. Alles gut. Wasser. Ach stimmt, da war auch irgendwie, da geht es auch tief runter. Was ist hier so ein Drama? Da ist gar nichts. Vorhin wusste ich denn, unser Freund, der Geisterleviathan, ist auch weg, ne? Aber ja, so macht das doch Spaß, durch die Gegend zu fahren. Da ist unser Freund, der Kraken. Da haben wir jetzt immer richtig viel Strom. Aber da haben wir es doch geschafft. Es gibt übrigens auch eine Mode, mit der man strafen kann. Plonk. Damit der man mit den Cyclops strafen kann. Das ist auch sehr gut. Wo das natürlich relativ unrealistisch ist, weil das Ding halt nur Triebwege nach vorne und hinten hat. Ah, bekannte Gefilde. Schön, blaue Dunkelheit, keine schwarze Dunkelheit mehr. Flonk. So, ich überlege, ob ich... Moment, wo ist meine... Da unten ist meine Basis eigentlich. Dann parke ich den Cyclops hier. Hol meine Krabbe. Äh, ich parke meine Krabbe hier. Dann hole ich die Motte. Und dann kann ich... Das ist nämlich wesentlich günstiger, mit dem Cyclops hier hinzufahren. Als da wieder runter, also wenn ich da hinten an der Basis war und dann das Zeug dann wieder zu holen. 78 Prozent, das ist ja quasi gar nichts. Den Motor kann ich laufen lassen. Genau, so ein Fischbecken wollten wir auch noch bauen, ne? Das muss ich dann auch noch tun. So, dann geht's wieder runter. Sehr spannend gerade. Aber man muss auch die Ruhe mal zu schätzen wissen, ne? Ich kann jetzt auch da lang, weil... Da geht's auch runter. So, wenn jetzt ein großer Fisch kommt, dann sehe ich ihn nicht. Guck mal, wie abgemessen. Pfff! Hihihihi! Das könnte eng werden. Das auch. Na, eigentlich müssten wir über diese... über diese Pilz-Dings da rein. Ne, hier muss ich... Runter. Und dann da rein. Ne, ich muss hier weiter runter. Hallo? Teleportier mich doch aus meiner Kanzel raus, du Arsch. Komm, trau dich. Naja, zumindest kann ich dann unten auftanken. Das müsste passen. Ja. Ja. Komm, fahren wir mal hier an dem Viech vorbei. Lassen wir uns davon doch nicht beirren. Ne, weil einmal Stromausfall hatte ich in dem Teil schon. Das hat gereicht. Ich meine, obwohl, ja, auch eine blöde Idee. Ich hätte, ich wollte schon sagen, ich hätte den Krebs jetzt eigentlich auch... Ja, das war doch nicht mal berührt. Äh, ich wollte jetzt überlegen, ob ich den Krebs auch einfach draußen lasse an dem... Tele... äh... Teleport... Tor. Aber dann wäre ich, glaube ich, nicht lebend wieder rausgekommen. Ja, ich... Zerklumpert schon hier gerade mein ganzes Schiff. Plunk. Ich vermisse tatsächlich den Leviathan. Der ist irgendwie weg. Bedeutungsschwangere Musik. Immer gut. Eigentlich passiert nichts, aber... Ich glaube, da ist er. Ich habe ihn gehört. Nö. Da sind nun diese Geister. Rochen da. Diese, 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 diese Blassen. Die sind aber riesig, die Viecher. Alleine die schon. So. So. Dann müssten wir hier eigentlich auch jetzt genug Platz haben, um die Motto zu starten. Tja, adios, Basis. Wir haben uns gut gedient. Aber wir müssen jetzt leider verschwinden. Dann kann ich halt die Seemotto auch draußen parken. Wohl eigentlich, hm, ja, weil wegen Sauerstoff und so. Und ich will jetzt nicht so lange in dem Enzymding bleiben. Aber ich glaube, so lange müssen wir in dem Brutkasten da gar nicht bleiben. Wenn wir da unser Zeug abholen. Also wenn wir das Enzym noch vorbeibringen. Andersrum. Hier haben wir Platz. Hier auch. Lampen an. Dann sehen wir auch was. Dann werden wir auch gesehen. Windows meint jetzt hier, schützen Sie Ihre geschätzten Bilder und Dokumente. Ihr Material ist wichtig. Schützen Sie es, indem Sie eine geeignete Sicherheitsoption auswählen. Erinnerungen aus. Oh, das geht jetzt auch nicht weg. Gott, Windows, du bist... Weg damit. Das ist penetrant. Hier läuft ein Vollbildspiel. Aber... Hier, äh... Siehren Sie jetzt Ihre Bilder. Schließen Sie ein Abo ab. Dann können Sie Ihre Bilder ganz kostenlos sichern. Und für viel Geld. Für kostenlos dann, ne? Ne, Betriebssystem as a Service ist ja schön und gut. Aber manchmal so dieses In-Your-Face. Ich meine, Windows tut das, was das soll. An und für sich als Betriebssystem ist das ja gar nicht schlecht. Aber trotzdem, so dieses Ganze hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Hätten Sie nicht auch noch gerne hier? Und gucken Sie mal, was wir hier alles noch haben. Das stört mich tatsächlich. Das so ein bisschen... Weiß ich nicht. Da muss Microsoft irgendwie noch lernen. Das ist im Endeffekt wie bei allen Leuten. Ja, man kann es so ein bisschen advertisen. Aber bitte übertreibt es nicht. Ich... Ne, genau wie irgendwelche Werbeanrufe von irgendwelchen Firmen. Hier, hätten Sie sich Interesse an... Hätte ich Interesse, hätte ich mich gemeldet. Vielen Dank. Tschüss. Ja, aber wir wollen doch nur, dass Sie wissen, dass es das gibt. Ja, interessiert mich nicht. Wenn ich irgendwas suche, dann mache ich mich schlau. Ja, aber... Ne? Oh. Super. Naja, egal. Irgendwie müssen die Leute ja Geld verdienen. Microsoft ist ja eine ganz kleine Startup-Firma. Die haben ja kein Geld. Also, schön Microsoft-Produkte kaufen. Office geht mir jetzt auch schon auf den Sack mit... Ja, das läuft nur noch bis... Hallo? Das läuft nur noch bis Oktober. Und dann sind die Updates weg. Und kauft doch bitte Office 365. Ich habe Office 2010. Es funktioniert. Word und Excel tun das, was sie sollen. Bin ich hier richtig? Doch, ich glaube schon. Da vorne müsste ja kein Mal sein. Ich habe Office 2010. Es tut. Es funktioniert alles. Ich brauche nicht mehr... Bitte hör auf, mich mit Meldungen zu zu pflastern. Mir ist bewusst, dass es keine Sicherheitsupdates mehr gab. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwelche gefährlichen VBA-Skripte ausführt. Yay! Strom weg! Voll geil! Ja, das hatte ich... Mal irgendwann da hinten. So, ja, ich weiß. Hier ist alles eng. Wir haben hier nirgendwo Platz. Und ich bleibe hier auch gerade irgendwo hängen. Das ist mir alles bewusst. Weiß ich alles. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Microsoft, Windows, bitte, bitte, lasst diese Einblendungen sein, wenn hier eine Vollbild-App läuft. Muss nicht sein. Das lenkt ab. Das soll natürlich ablenken, klar, ne? Als Strategie, aber trotzdem scheiße. Oh, das da draußen sieht aber nach... Also hier bei mir am Fenster gerade ist gerade... Ich gucke halt mal raus und denke mir so, oh, düster. Das sieht nach Gewitter aus. Dann stürmt es hier gleich wieder ordentlich. Muss ich die Fenster mal aufmachen? Ich glaube, ich bin an meiner Basis schon wieder vorbei. Ne, auf jeden Fall, dann bringe ich jetzt... Glaube ich mal... Genau, wir sind nämlich schon wieder zu weit. Bring ich mal hier mein Zeug, meine Krabbe... Äh, mein... Äh, Worte. Mein, äh... Mein Seegleiter. Nicht mein Seegleiter, meine... Erstes Ding, nicht Krabbe, Motte. Meine Seemotte dann mal vorbei hier. Es ist auch gerade Nacht, ne? Ja. Äh, bring ich dann Motti mal in meine Basis. Das ist auch geil. Tief schwarz, Lampen an und man sieht nichts. Oh, da müsste ich auch meine Akkubatterien dann gleich mal echt in den... ...Generator da schmeißen. Obwohl 56%, ich glaube, das bleibt jetzt auch da. Ja, ist gut. Beruhig dich. Ist alles gut. Ich muss gleich so gesunde runter, weil sonst rammen wir die Viecher. So, wir sind dran vorbei. Dann kann ich auch wieder auftauchen. Oh, es wird hell. Schön. Ich glaube, das sind einfach die Fische, die ich umfahre. Ah, guck mal, da ist unsere... ...unsere Station hier. Haha. Gut, dass wir da total nicht gegengefahren sind. Und da sind wir schon. Hallo, Basis. Lang nicht gesehen. So, aus. Kann ich jetzt meine wunderbaren Batterien hier alle mal wieder... ...zumindest die, die leer sind. Eins, zwei... ...drei, komm. So, und dann denke ich mal... ...genau, kann ich jetzt gleich einmal die Pflanzen setzen? Uh, die brauchen wir ja auch gar nicht mehr, ne? Null, null. Oh, die sind alle voll. Gut, die müsste ich mal benutzen, damit die voll bleiben. Äh, die zwei brauche ich nicht. So, die Pflanzen setze ich jetzt. Und dann... ...also ich hoffe jetzt mal, dass ich hier auch Platz habe noch, ne? Ha, guck mal, perfekt. Eins, zwei. Perfekt. Alles da. Wunderbar. Gut, dann würde ich mal sagen, beende ich jetzt hier mal die Session. Ich werde jetzt was essen. Äh, hier, um meinen Charakter wieder aufzuheilen. Dann fahre ich nochmal zurück. Mit meinen verbleibenden Energiezellchen da. Und, äh, hole mir den... ...die Krabbe zurück. ...ja, das mache ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Sehr wahrscheinlich die letzte Session, weil wir dann auch hier das, äh, die, die Neptun fertig bauen können. Äh, aber mal gucken, wie lange das alles noch dauert, weil wir müssen ja dann auch wieder ... zum Berg. Ne, hier zu dem... ...ähm, da hinten, da hast du 500 Meter in die Richtung. Natürlich auch mit der, mit dem Zyklopen dann. Aber, ja, das wird auf jeden Fall noch eine kleine Odyssee. Und dann sind wir, denke ich mal, durch. Schauen wir mal. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.